Das ist natürlich jetzt ein Monster-Ding. Ich bin noch irritiert. Der Daten.de-Podcast präsentiert von Bulls. Dräng mich doch hier nicht auf. Jetzt. In der neuen Folge von ShortLake, dem Daten.de-Podcast präsentiert von Bulls, schauen wir natürlich auf alle wichtigen Geschehnisse in der Westfalenhalle zurück. Und ja, erst für euch, für Ort und jetzt auch noch für die Analyse am Start. Marvin Warmer und Kevin Barth. Hi, Kevin. Hallo, noch reicht die Energie. Grüße gehen raus an unsere Twitch-Community. Wir sind ja wieder live dabei, eine große Folge. Deswegen auch wieder der Aufruf an euch. Gerne über den Chat beteiligen. Falls ihr auch noch Gedanken zum Wochenende habt, falls ihr auch vielleicht Fragen habt an uns. Wir waren ja die ersten drei Tage komplett vor Ort. Ja, gerne in den Chat schreiben. Wir versuchen das dann mit einzubinden in die Sendung. Und für alle, die sich hier nachträglich reinschalten im Real Life, danke fürs Einschalten. Natürlich auch an euch. Ihr könnt ShortLake hören, zum Beispiel auf der Plattform Spotify, auf meinsportpodcast.de oder auch Apple Podcasts oder auch dem Daten YouTube-Channel. Da findet ihr auch viele, viele Interviews vom Wochenende in Dortmund. Zum Beispiel zwei mit Riccardo Poteczko, aber auch sicherlich spannende Aussagen von Luke Humphries oder auch von Gary Anderson, falls man ihn denn versteht. Aber man kann natürlich auch den Untertitel anmachen. Dann sollte das vielleicht etwas besser laufen beim Schotten. Ja, unterstützt uns gerne zum Beispiel auf Patreon, ist das möglich. Oder per Spotify Abo. Da gibt es auch unsere Folgen von ShortLake Kompakt. Aktuell sind wir ja wieder im größeren Rhythmus. Das heißt, die ganzen großen Folgen frei für alle auf den verschiedenen Plattformen. Falls ihr noch Fragen habt an uns, gerne hier rein in der Chat in der Live-Sendung oder an die Social-Media-Accounts von Daten.de. Ja, der Ablauf heute der Folge ist ziemlich übersichtlich, würde ich sagen. Denn im Grunde dreht sich alles um die European Championship. Da haben wir jetzt die Analyse für euch parat in den nächsten Minuten. Es gab heute aber auch noch eine interessante Verkündung von der PDC. Die nehmen wir natürlich auch mit auf am Ende der Folge. Und ein bisschen Darts aus aller Welt haben wir auch mit dabei, zum Beispiel nochmal einen weiteren WM-Qualifier für euch. Ja, da würde ich sagen, wir sind stark klar für die Analyse der European Darts Championship. Ja, man kann eigentlich drüber schreiben, Kevin, ein Turnier der Überraschung. Ja, definitiv. Also am Ende und im Halbfinale mit Noppert, war ein Spieler gewesen, der einen Platz hat unter den ersten 16 der Welt. Und ansonsten waren das Spieler, die außerhalb der Top 30 standen, die sich alle auch für die European Tour qualifizieren mussten und damit auch nicht von dem Modus, von dem Neuen profitiert haben. Also die haben die Geschichten geschrieben und diejenigen, die mit ihren Setzungen und ohne durch den Qualifier zu müssen, von denen man das vielleicht erwartet hätte, die haben es eben nicht hinbekommen, vielleicht auf den Punkt die Leistung zu bringen. Und am Ende gibt es da natürlich zwei Seiten, wo die einen sagen, ach, also ich fände es schon cool, wenn am Ende ein paar große Namen dabei sind, für die man vielleicht sich eine Karte kauft, für die man den Fernseher einschaltet. Und dann gibt es andere, die sagen, es ist eine ganz, ganz tolle Entwicklung, wie das aktuell geht, wie unberechenbar das aktuell ist. Ich zähle mich eher zu den Letzteren, muss ich sagen. Und ja, so war das dann mit Halbfinalisten, die, wo Noah Noppert zuvor einen TV-Titel gewonnen hat. Der schied dann im Halbfinale aus, im Finale Richie Edhouse und Jermaine Vatimena. Und Madhouse, Richie Edhouse gewinnt sehr klar diesen Titel, wird tatsächlich European Champion, bekommt die 120.000 Pfund und steigt erst mal auf Platz 29 der Weltrangliste. Ja, das erste Spiel des Turniers bestritten am Donnerstagabend und dann auch das letzte erfolgreich bestritten. Richie Edhouse ist Media Champion, das klingt ziemlich skurril, aber das ist einfach die pure Wahrheit. Eigentlich, sag ich mal, ist das so das, was sich auf dem Floor die letzten Jahre angedeutet hat, dass eigentlich fast nahezu jeder in der Lage ist, mal so ein Pote-Event zu gewinnen, sich das ein bisschen auch jetzt auf die Bühne übertragen hat, zumindest bei den letzten beiden Media-Turnieren. Denn wer hätte schon mit Mike Dedecker und wer hätte schon mit Richie Edhouse gerechnet? Wobei wirklich alle Spieler, die Rang und Namen haben, mit dabei waren. Jetzt beim European Championship war es eigentlich nur Dimi aus dem Top 16, der nicht am Start war, der sich nicht qualifizieren konnte. Deswegen lasst uns erst mal noch mal auf den Weg von Richie Edhouse schauen, denn auch in unserer Vorschau hatten wir ihn eigentlich schon in Runde 1 rausgetippt, wenn man ehrlich ist, gegen Rian van Veen, war er aus deiner Sicht verstand ich auch der Außenseiter. Ja, ja. Und dann kam er da mit über 109 um die Ecke. Hand hat van Veen da mit 6 zu 1 an die Wand gespielt. Natürlich, das war sehr beeindruckend. Mehrere vierte Aufnahmen dabei, also mehrere zwölf Darts auch. Und nicht das erste Mal, dass van Veen in einen so starken Gegner in der ersten Runde reinrennt. Also ich war da mehr bei der arme Rian van Veen als bei, ja, das wird doch jetzt ein Contender für den Titel sein, Richie Edhouse. Und dann, ja, hat er danach das Spiel gegen Michael Smith, wo er dann mithilfe von dem 152er Finish da einen 1 zu 4 Rückstand aufholt. Er hat dann 8 zu 9 hinten, gewinnt die letzten zwei Lacks. Richtig, richtig, richtig nervenstark in zweimal 13 Darts und setzt sich mit 10 zu 9 durch, ohne dass Michael Smith einen Matchstart bekommt. Und dann trifft er auf Gary Anderson auch wieder ein Spiel, wo man gedacht hat, ja, Chance für den Flying Scotsman ins Finale durchzugehen, vielleicht auch eine Trophäe am Ende hochzuhalten, Fragezeichen. Kustekuchen, Edhouse wieder richtig stark rausgekommen, führt zwischenzeitlich 6-1, checkt 84, 90, spielt einen 10-Darter. Und später, als man so den Eindruck hat, ah, Anderson kommt besser rein, hält er sich den Favoriten in Anführungsstrichen mit einem 164er Finish so ein bisschen vom Leib. Und dann das Duell der Houses gegen Luke Woodhouse im Halbfinale, zerfahrene Anfangsphase, aber auch da ist Edhouse der bessere Spieler, macht mit einem 72er-Check das 4-1, danach löscht er noch 117, 11 da, spielt das dann souverän nach Hause und das schöne 147er Finish, was er dann auch noch auspackt, um sich dann hier mit 11 zu 5 auch durchzusetzen. Es gab nur ein Spiel, das gegen Smith, gegen Michael Smith in der zweiten Runde, wo es eng wurde. Ansonsten waren das klare Geschichten. 6-1, 10-5, 11-5 und dann im Endspiel gegen Germain Vatimena dann eben ein 11 zu 3, wo er mit 2 zu 3 hinten ist und aber neun Legs nacheinander letztlich macht. Und der deutlich bessere Spieler auch ist der Spieler, der in einem durchaus nervösen Endspiel halt am besten sein Spiel noch auf die Bühne bringt. 110, 106, 92, 144 und nochmal 92 gecheckt. Also auch hier wieder Timing, Finishing, wirklich gut gewesen und bei so einer Finalsession, wo du eigentlich vor allem Überraschungsnamen dabei hast, dass da alle ins Nachdenken kommen und das Niveau nicht mehr ganz so hoch ist wie im Turnierverlauf, das kann man, finde ich, verschmerzen. Er war der beste Spieler übers Wochenende gesehen, hatte die 109, hatte auch noch eine 103 gegen Gary Anderson, mehrfach auch dann Mitte 90 noch gespielt und hat das stark gemacht, hat das, was er vor sich hatte, geschlagen und bis auf, wie gesagt, das eine Spiel nicht in Bedrängnis gekommen. Ja, das ist schon mal eine ordentliche Zusammenfassung vom Weg von Richard Aethouse. Wir hatten ihn ja auch am Donnerstag im Interview und da hat er ja schon gesagt gegen Ria van Veen, ich habe einfach alles getroffen, was ich wollte und das kann man eigentlich auch, zumindest für das Spiel, auch gegen Gary Anderson, denke ich, zumindest für Dreiviertel des Spiels fast behaupten, dass er da eigentlich auch alles getroffen hat, was er wollte und er hat uns ja auch gesagt, dass er sich mittlerweile einfach wohlfühlt auf der Bühne. Das war lange nicht der Fall. Dieses Jahr ist er eigentlich eher so richtig sein Durchbruchsjahr. Er hat ein gutes Spiel auf der Boto gezeigt, auf der Europäer Tour wirklich auch konstant die späten Runden erreicht. Zuletzt dachte ich eigentlich eher, okay, jetzt wird er so ein bisschen abgeflacht, aber er scheint dann doch irgendwie, ja, sich konstant mittlerweile wohlzufühlen und das hört man ja schon von einigen Spielern über die, die dann sagen, ja, Europäer Tour ist eigentlich so das Ding, worüber die dann irgendwie dieses Selbstbewusstsein auch auf der Bühne dann auch irgendwie sammeln und dann auch irgendwie auf die großen Bühnen, auf die Major-Bühnen dann hinbekommen und das scheint ja auch beim Madhouse der Fall zu sein. Ich meine, die Leute muss man erst mal so schlagen und er kam dann irgendwie auch nicht ins Nachdenken, dass es vielleicht beim Look Woodhouse oder bei Jermaine Wattemena dann doch irgendwie der Fall war. Ja, ja, das hat man dann schon gemerkt, dass er derjenige war, der am stabilsten war, der, bei dem man das Gefühl hatte, da ist, dass der Glaube und das Selbstverständnis am ehesten da, der konnte am ehesten noch sein Ding machen, Akzente setzen und ja, am ehesten seine Leistung an diesem für alle wichtigen Abend und vielleicht auch Once-in-a-Lifetime-Moment dann auf diese Bühne bringen und vor diese immer noch gut 5000 Fans, die wir dann gestern Abend da noch hatten in der Westfalenhalle. Es war ja schon im Halbfinal gegen Luke Woodhouse ein Spiel im Grand Slam-Platz, den er sich dann auch schon gesichert hatte. Dasselbe gilt dann auch für Jermaine Wattemena, für den anderen Finalisten, den besprechen wir gleich sicherlich auch noch. Aber er macht natürlich jetzt einen Riesensprung, er macht zehn Plätze gut, es ist die 29 der Welt, was natürlich dann auch dazu führen wird, dass er bei der WM, ja, wenn nichts ganz Wildes passiert, dann auch gesetzt sein wird. Zehn Plätze hat er gut gemacht. Ja, also er hat öfter natürlich neue Möglichkeiten. Ich meine, es war ja auch ein Spieler und das ist ja eigentlich ganz cool, muss man sagen, der sich das Jahr über auch für die European Tour-Vents qualifizieren musste, der nicht diesen Status hatte, dass er immer dabei war, ohne dass er noch irgendwie in den Qualifier musste, was wir ja am Anfang des Jahres auch kritisiert haben, dass da viele, ja, eigentlich gar nichts für tun mussten, vielleicht ein paar Mal ein Auftragsspiel gewinnen, dann sind sie mit dabei in Dortmund. Und er ist wirklich ein Spieler gewesen, ja, der musste das Ganze ja richtig ackern dafür und irgendwie umso cooler, dass das dann doch irgendwie auch in dieser Form dann belohnt wird. Und er ist ja aber auch kein Spieler mehr, jetzt, sag ich mal, in der Mitte 20ern, ein auftrebendes Talent, sondern auch ein Spieler, der irgendwie im höheren Alter jetzt doch noch, ja, sein Spiel gefunden hat. Ja, jemand, der auch über die Challenge Tour gegangen ist und sich hochgearbeitet hat und jetzt halt die Früchte erntet und dann natürlich auch wieder zeigt, dass es in jedem Alter möglich ist, so eine Entwicklung zu nehmen. Also mit einem Darren Webster, das ist auch in einem Mitte-Ende-40-Bereich passiert, ein Menzo Suljovic, kann man sich ja auch ausrechnen, dass der 43 war, als er 2015 angefangen hat, die größeren Erfolge zu bekommen. Also ja, die Tour wird jünger und peu à peu setzen sich gewisse Talente durch, aber es gibt auch immer wieder noch diese Geschichten und auch das macht diesen Sport aus und macht den lebendig. Das ist absolut. Das ist natürlich die Frage, die wir eigentlich auch schon nach dem World-Konflikt gestellt haben. Bringt sich etwas damit auch in die Diskussion für eine mögliche Premier League-Teilnahme? Das sind natürlich jetzt Spieler, ja, das sind deren größten Erfolge. Die haben bisher auch im Jahr jetzt nicht so die großen Titel geholt, also besser gesagt gar nicht und reicht das schon? Also wir haben ja auch mit den englischen Kollegen so ein bisschen, den englischen Journalisten da vor Ort so ein bisschen überlegt, okay, wer kommt denn wirklich jetzt aktuell so in Frage? Und man ist sich natürlich einig, dass Littler, Humphreys, Van Gerven klar sind. Wenn man dann schaut, die Top 4 der Weltlanderste nach der WM, dann könnte es ein Chaisi sein, zum Beispiel vielleicht ein Rob Cross, dann käme man so auf 5. Aber danach ist es ja wirklich schwierig dieses Jahr, weil sich wirklich keiner so, der Top gar nicht so aufdrängt. Kein Michael Smith, kein Gavin Price, kein Peter Wright. Und Anderson hat auch gesagt, nee, also Premier League, das kann er nicht mehr machen, das schafft er einfach nicht mehr. Will er dann auch nicht mehr. Ja, wie siehst du das? Also sind das wirklich jetzt schon, müssen die noch mehr bringen? Sind sie jetzt schon in der engen Auswahl? Reicht das vielleicht schon aus, wenn andere jetzt nicht nochmal, wie Michael Smith, wo ich sage, der muss wahrscheinlich weniger bringen als die beiden. Ja, wie schätzt du das ein? Das ist ja schon eine interessante Ausgangssituation dieses Jahr dann. Ja gut, ich glaube, man hat in vergangenen Jahren schon auch gesehen, ein Ross Smith, der European Champion geworden ist, der nicht in Frage kam. De Decker vielleicht eher als Ed House, weil der boomende belgische Markt, Fragezeichen. Aber es sind eben auch Spieler, die gerade auch von dieser großen Fluktuation und dieser großen Breite, dieser Leistungsdichte profitieren und die es vielleicht leichter haben, solche Turniere zu gewinnen, als es das vor noch ein paar Jahren war. Und von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass das schon genug ist, um in den Bereich der Premier League zu kommen. Also, dass dann am Ende zwei Spieler, die aller Voraussicht nach mit den aktuellen Ergebnissen außerhalb der Top 20 stehen, in die Premier League kommen, sehe ich nicht. Also, ich traue, also ich bin bei beiden sehr gespannt, was wir da noch sehen. Ich habe bei De Decker auch gedacht, er könnte dieses Wochenende vielleicht nochmal einen Schub haben, einen nächsten Schritt machen. Auch bei Eddhaus schließe ich das nicht aus für die nächste Zeit. Aber beide müssen noch liefern. Beide brauchen bei den ausstehenden Turnieren, ausstehenden drei Großen, entsprechend noch Viertelfinals, Halbfinals, um da weiter an die Tür zu klopfen, bis sie dann ein bisschen aufspringt. Und weil sonst, ja, also, es geht ja dann auch darum, Tickets zu verkaufen und so weiter. Und ich glaube, da ist die PDC gnadenlos. Und dann haben wir halt trotzdem einen Michael Smith in der Premier League. Dann haben wir einen Chisi mit seinen vielen 180ern in der Premier League. Und manche andere, die... Also, ich glaube, dass wir schon auch noch andere Geschichten bekommen werden in den nächsten drei TV-Turnieren, wo dann auch wieder der ein oder andere etabliertere Name da was raushaut. Und das wird dann wieder die in eine entsprechende Position bringen. Also, Dedecker und Eddhaus haben mit Sicherheit einen ersten Schritt gemacht, aber es braucht halt noch weitere. Thema Genslem machen wir dann, denke ich, auch zu. Ja, ist ein ganz klarer Cut dieses Jahr. Und zwar sind es natürlich alle Major-TV-Finalisten oder auch Sieger beim Grand Slam in Wolverham mit dabei, sowie auch alle Sieger der Juppinto-Events, falls sie nicht schon vorher im Major gewonnen haben oder im Finale standen. Da ist er bei der Cut, denn das bedeutet auch gleichzeitig, dass wir keinen Sieger der Proto dieses Jahr mit dabei haben. Chris Dobie als dreifacher Player, Championship-Sieger hat es nicht geschafft. Wird es nicht schaffen. Er muss vielleicht über den Qualifier, klar, das natürlich noch, aber er wird es zumindest über diesen Weg nicht schaffen. Das Feld ist in dem Fall voll. 24 Spieler sind gefunden und acht letzte Qualifier kommen dann noch eben über den Grand Slam-Qualifier Ende dieser Woche. Der Challenge-Show-Sieger, klar, der fehlt auch noch. Der wird auch noch am Wochenende dann fixiert. Also, ja, kann man natürlich halten davon, was man möchte. Immerhin ein klarer Cut, finde ich. Das macht mich immer ein bisschen mehr glücklich, aber ja, trotzdem auch bitter, dass dann irgendwie das dreifache Play-Slam-Sieger dann nicht beim Grand Slam, weiß ich nicht. Also, ich bin auch immer nicht ganz zufrieden damit. Kann ich nachvollziehen. Ja, andererseits hatte Dobi irgendwie auch genug Chancen, wenn man sich das anguckt, sich da im TV dann auch mal so einen Run hinzulegen. Also, wenn man sieht, was da andere geschafft haben. Ja, natürlich kann man immer noch diskutieren, ob denn ein World Cup-Finalist, ein Unterlegener, dabei sein sollte und ein Mensor und Roby jetzt beim Grand Slam sind und andere in die Röhre gucken. Ich finde, man kann an diesen Kriterien drehen, auch mit diesen Affiliate-Tour-Siegern, die dann da rein zu hieven. Manch einer sucht ja immer noch nach einem Gleichgewicht zur BDO. Keiner braucht acht Qualifier. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Also, ich bin gespannt, ob das System in den nächsten Jahren irgendwann nochmal angefasst wird und in welche Richtung es dann geht, weil du hast jedes Jahr natürlich Geschichten, bei denen du dich fragst, wie kann das sein? Aber bei einem Dobi denke ich mir halt auch, ja, dann musst du halt mal wieder im TV die Ergebnisse liefern, wo ich jetzt halt auch mal gucken könnte, wann er irgendwie das letzte Mal in einem großen Halbfinale in einem Ranking-Major gestanden hat. Bei der letzten WM, da sehe ich ihn noch im Viertelfinale unglücklich verlieren, aber das ist halt jetzt auch schon wieder zehn Monate her. Da muss jetzt halt einfach auch mal wieder was Neues kommen. Ja, die letzten Major-Turniere waren ziemlich schnell vorbei bei Chris Tobey. Ist da immer ein guter Gegner reingelaufen, zumindest hier jetzt gegen Joe Cullen. Man wollte compris, gut, das kann man zurzeit eher gewinnen. Da können wir gleich auch noch mal bei den Flops, denke ich, drüber reden, bei Joe Cullen. Aber auch andere. Also das zieht auch andere zu. Definitiv machen wir natürlich am Ende dann noch mal ganz rund, das Ding. Ja, vielleicht mal kurz zum Finale. Es standen sich ja die 35 und die 37 zum Zeitpunkt vor dem Turnier. Der Out of Merit im Finale gegenüber, das dann Richard Eddhaus ebenfalls dann halt gewinnt. Ja, das endet natürlich noch mal stark, mit Doppel-18, Doppel-18 zum Titelgewinnen gecheckt. Das natürlich auch noch mal, ja, hat was, definitiv. Bei Vatimena, ja, bei der Luft raus, haben wir gerade schon ein bisschen gesagt, aber bei ihm sollten wir natürlich auch reden. Man 3 von 29 auf die Doppel, dann wird es natürlich schwierig. Ich meine, er führt noch 3 zu 2 zur ersten Pause und gewinnt dann einfach gar nichts mehr. Das ist natürlich auch dann bitter. Aber auch ein Spieler, der jetzt A natürlich den Gunst der Stunde bei diesem Turnier genutzt hat und aber auch in den letzten Wochen, ja, das auch schon so ein bisschen hat aufgezeigt, dass da, ja, irgendwas auch so passiert zu sein schien, was ihn jetzt zu diesen, ja, einsteigenden Leistungen gebracht hat. Ja, peu à peu Ergebnisse gesammelt. Ich glaube, sein Manager hat gestern nebenbei mal gesagt, er wird langsam erwachsen. Ist schon interessant, weil du vor ein, zwei Jahren bei ihm gedacht hast, ja, er ist ein Spieler, bei dem du nicht weißt, was als nächstes passiert. Ob der dann doch irgendwie die Tourcard verliert und da rausrutscht. Und er war mal die Nummer 18 der Welt, ne? Also, und dann abgestürzt und jetzt scheint er die Kurve wieder zu kriegen, ne? Und hat natürlich auch ein bisschen das Glück, dass er da in der ersten Runde einen Peter Wright kriegt, bei dem gar nichts läuft, haut den da 6-0 weg, gewinnt in der zweiten Runde ein unfassbar hochklassiges Spiel gegen James Wade, bei dem er einen 1-5-Rückstand aufholt. Und Wade mit acht perfekten Darts, Wattimena aber mit 100-plus-Average immer dabei und checkt dann halt in einem richtig starken Decider, wo Wade auf 100 Rest steht, die 124 auf dem Bull zum 12, da hat er weg. Und ja, dann auch ein richtig gutes Viertelfinale gespielt gegen Luke Humphreys. Also den da so zu dominieren, das ist auch ein Zeichen. Im Halbfinale mit Sicherheit auch eine gewisse Portion Glück letztlich gehabt, dass Noppert so viel liegen lässt. Also da waren viele Steals für Wattimena dabei, der dann natürlich bei 10-zu-10 im Halbfinale einen unfassbar guten Setup-Shot bei 206 Rest spielt, 174 für 32 und nutzt dann den zweiten Matchstart für einen 14-Darter. Also da war schon viel Klasse auch dabei. Es muss wohl danach sehr emotional gewesen sein hinter der Bühne. Also er muss wohl da richtig so ein bisschen positiv gesehen zusammengebrochen sein erst mal. Und was ich so mitbekommen habe, es ist dann schön, wenn man den Sonntagabend zufällig an diesem Gästetisch da verbringt, wo die Spielergäste sitzen und da das ein oder andere aufschnappt. Der hat zwischen Halbfinale und Finale in den 15 Minuten Pause auch auf Anweisung seines Managers keinen Dart geworfen. Also der Manager hat gesagt, bitte setz dich hin, guck, dass du irgendwie deinen Puls wieder in den Normalbereich kriegst. Du musst jetzt nicht noch irgendwie Darts werfen. Komm einfach wieder mit den Emotionen runter und so eben. Und das war halt einfach für ihn, der noch nie so einen Erfolg gehabt hat. Mit Sicherheit eine recht kurze Zeit, in der du all das verarbeiten musst und vielleicht gar nicht verarbeiten kannst. Da hatte Eddhaus natürlich vielleicht den Vorteil mit der einen Stunde mehr Zeit. Andererseits haben wir ja einen European Tour Modus, der seit Jahren so ist, wo man sich ja als Spieler auch irgendwie ein bisschen dran gewöhnen kann. Aber es wäre ja jetzt auch nicht so gewesen, als hätte Vatimena schon oft ein Finale in diesem Bereich gespielt. Also er führt 2-0 und danach hört er auf zu spielen. Danach ist der Fokus weg. Danach in diesem Endspiel ist der Glaube ab einem gewissen Punkt auch nicht mehr da. Also Manager ist immer wieder aufgestanden und hat Jermaine Belief gerufen. Und es gab halt auch einige Würfe auf Doppel, wo anscheinend von der Körpersprache schon von Anfang an nicht so richtig er daran gedacht hat, dass der jetzt drin ist. Und ich meine, heraussticht da natürlich die Situation, wo er auf 3-5 hinten liegt und dann in den nächsten beiden Lacks insgesamt 12 Darts auf Doppel bekommt und keinen einzigen reinmacht. Und statt 5-5, was durchaus realistisch gewesen wäre, steht es 3-7. Und wie Edhouse das dann danach nach Hause spielt, das angesprochene 92er-Finish am Anfang, dann noch die 144 und nochmal die 92 schön mit Doppel-18, Doppel-18. Das war natürlich herausragend, dass da nicht nochmal irgendwie so eine Ziellinienpanik gekommen ist. Jermaine hatte seine Momente an diesem Wochenende, konnte aber einfach im Finale, konnte einfach nicht mehr. Das ist eigentlich ein ganz guter Punkt, denn hier kam auch im Chat eine Frage rein, die kann man jetzt eigentlich ganz gut einbinden und zwar lautet es da, findet ihr, dass die PDC am Spielplan etwas ändern sollte? Fand die Sonntagabendsession von den Average-Leistungen sehr enttäuschend, nachdem die anderen Tage und auch der Nachmittag doch richtig gut war. Gut, man muss sich halt auch immer fragen, was man ändern kann. Das Einzige, was man machen kann, ist halt zu sagen, dass man am Freitagnachmittag spielt, zusätzlich. Dann hast du eine weitere Session. Dann bist du dann musst du halt am Freitagabend schon mit den Achtelfinals anfangen. Dann spielst du Samstag noch Achtelfinals, dann spielst du Samstagabend Viertelfinale. Dann wird es Leute geben, die samstags zweimal spielen und das ist dann die nächste Diskussion, die wir führen. Und dann hättest du natürlich Sonntagnachmittags die Halbfinals und abends das Finale. Aber dann würden manche darüber nachdenken, ob sie das Halbfinale länger machen, so wie wir es beim Grand Slam auch haben. Also sie quetschen das aus den vier Tagen raus, was irgendwie drin ist. Und man kann dann gucken, ob dann der zweite Halbfinalist vielleicht, ja, weiß ich nicht, nochmal 15, 20 Minuten mehr Pause kriegt. Aber ich wage zu bezweifeln, dass das das Niveau in irgendeiner Form dann nochmal angehoben hätte. Also es war ja jetzt auch nicht so, das Adhouse an seine absoluten Top-Darts anknüpfen konnte. Und das sind diese ITV-Turniere, das sind diese ITV-Kontrakte mit diesen maximal vier Tagen. Mehr wollen sie das anscheinend auf so einem Free-TV-Sender nicht machen. Und ja, in einer idealen Welt würde es bei einem Major-Turnier nicht zwei K.O.-Spiele für einen Spieler an einem Tag geben. Das möchte ich auch sagen, aber ich sehe nicht, wie man es verschieben, wie man es verändern sollte. Beim Grand Slam finde ich das sowieso schon falsch, dass es am Finaltag, der Nachmittagshalbfinale und Abendsfinale gibt bei diesen Distanzen. Es ging halt beim Grand Slam auch anders. Beim Grand Slam geht es anders und bei diesem Turnier, finde ich, geht es kaum anders besser. Also jetzt kommt gerade der Vorschlag im 16-Spiel am Stück in einer Riesensession. Ja, das gab es mal als Notlösung, gab es mal auf der Jopinto auch mal, dass wir da mal durchgespielt haben. Aber wann soll man denn anfangen am Donnerstag? Soll man dann um zwei Uhr anfangen? Das ist auch dann relativ leer. Also finde ich es auch nicht. Und man hat dann natürlich auch wieder das Problem, dass man das auch schon ein bisschen wieder, ja, ich sag mal, ja, zu große Distanzen sprechen, dann haben wir wieder Matchplay-Distanzen, wo ist dann noch am Ende der Unterschied. Also ich finde, das, also es passt zum Turnier, also es passt das. Du musst halt, also es gibt Turniere, bei denen verschiedene Dinge verlangt werden. Der Grand Prix ist ein Turnier, bei dem du einen Double-In-Double-Out-Modus spielen musst. Der Set-Modus ist dabei. Die WM ist die WM und zeichnet sich ja auch dadurch aus, dass man am Anfang mehrere Tage Pause zwischen den Spielen hat. Beim Matchplay gibt es die langen Distanzen, gibt es die, die Regeln mit den Two-Clear-Lags und andere ITV-Turniere sind eben in so einer Form halt dann da, dass du, dass du sagen musst, okay, wir reden hier dann halt auch über eine Ausdauer, sowohl körperlich als auch Kopf. Wir reden hier über Sport, der gemacht wird. Ich glaube, es ist schwierig, hochfahren, dann ein paar Stunden runterfahren, dann vielleicht das zweite Halbfinale spielen, gewinnen, kaum Zeit haben. Das sind Dinge, die schwierig sind, aber ja, ich glaube, dass das dazugehört, dass das etwas ist, womit wir irgendwie leben müssen. also wie man da jetzt vier Tage, wie man das umstellen soll, da bin ich jetzt auch so ein bisschen überfragt, weil du wirst, du hast es eben angesprochen, kann man Donnerstag 16 Spiele am Stück machen, und dann spielst du vor einer leeren Halle. Ich glaube, das passt auch, ich meine, man muss ja auch betrachten, wer war jetzt hier im Halbfinale, das waren alles, abgesehen von Nopal, Spieler, die vorher noch keinen Major-Titel gewonnen haben und für die es um einiges ging. Dass dann vielleicht eben nicht der 100-Plus-Average kommt, ist, glaube ich, absolut menschlich und auch vollkommen in Ordnung. Das ist es eben nicht Humphreys gegen Hitler oder Van Gerven gegen Humphreys, wo die sich die Zwölfte hatte um die Ohren hauen, die Auskonsultation war eine andere, aber auch die haben auch schon mal Final-Sessions hingelegt, wo die vielleicht nicht 100-Plus gespielt haben. Also ich glaube, man muss schon ein bisschen differenziert das Ganze betrachten. Also ich mag diese Einzüglichkeit der ITV-Events nicht, da bin ich ehrlich, die sind mir teilweise zugleich, immer dieses am Finaltag, Viertelfinale Mittags und Abends, Halbfinale, Finale, das ist mir alles ein bisschen zugleich. Es nimmt uns auch als Journalisten ja auch etwas, das kann man ja auch sagen, weil sonntags keine Interviews, erlaubt sind rund um die Viertelfinals, weil nur noch mit dem Sieger und möglicherweise mit dem unterlegenen Finalisten ein Interview möglich ist. Das heißt, als Journalist musst du dir halt ganz genau überlegen, wie mache ich das vor Ort, gehe ich überhaupt am Finaltag hin, wohne ich vielleicht in der Nähe, so wie es bei mir der Fall ist, dann kann man überlegen, wenn ein Deutscher vielleicht noch dabei ist, ob man abends spontan da noch hingeht. Also es ist nicht ideal, ganz, ganz sicher nicht. Und man kann natürlich auch sehen, dass diese Überraschungssieger, die es gegeben hat, oft bei diesem ITV-Format zustande gekommen sind, dass dann an Ross Smith die European Championship gewinnt, not but the UK Open oder jetzt halt hier an Richie Eddhaus wieder die European Championship. Aber auf der anderen Seite, ja, gab es halt dann auch andere Spieler, die es einfach nicht geschafft haben und die gut genug sind und die auch schon, die es auch schon mal geschafft haben. Also das sind halt alles Dinge, die man hier auf die Waage tun muss. Vielleicht lag es auch am Luftzug auf der Bühne, man weiß es nicht. Das kam ja auch irgendwie auf so im Kommentar, im Forum irgendwie, dass sich der Spieler beschwert haben, dass er irgendwie ein Luftzug gewesen sei. Also ich war in den ersten Tagen stand ich auch, also außer jetzt am Sonntag war ich nicht mehr vor Ort, aber ich kann auf so den ersten Tagen zumindest nichts behaupten, dass er irgendwie ein Luftzug war. also es hat sich auch, ich weiß auch gar nicht, wo dieses Herk, das hergekommen ist. Dirk hat sich beschwert, der hat sich beschwert, das haben dann andere, die aus demselben Stable sind, mitbekommen. Interessanterweise haben, hat sich dann Luke, der aus demselben, Luke Humphreys, der aus demselben Managementbereich kommt, auch beschwert. Und interessanterweise hat sich Danny Noppert, der ebenfalls in diesem, in diesem Management ist, soweit ich das weiß. Auch beschwert. Also das ist dann schon zumindest interessant. Das sollte man zumindest im Kopf haben, wenn man darüber redet, wer sich beschwert hat. Ja, vielleicht war deswegen die Leistung vielleicht nicht ganz so. Ich weiß nicht, ich fand es auch überhaupt nicht relevant, aber gut, wir sollten es mal erwähnt haben, weil es ja zumindest ein bisschen aufgekommen ist. Ja, dann haben wir, glaube ich, die Finalisten, Richie Ettaus, Jermaine Matimena schon gut durchleuchtet. Ich meine, für Bulls läuft es ja aktuell ganz gut. Mike de Decker als Bulls-Vertreter, Sieger beim World Grand Prix, Matimena jetzt im Finale, Martin wollte man verpflichten, da reden wir gleich auch noch drüber. Martin Schindler natürlich, aber wollen erst mal noch über die anderen Halbfinale-Listen reden. Ja, Luke Woodhouse, auch für ihn war das eine neue Nummer, Major-Halbfinale. Konnte dann da nicht mehr ganz so an das anknüpfen. Ich meine, Woodhouse hat sich schon auch so ein bisschen, finde ich, ja, durchgemogelt. Also der war jetzt nicht so stark wie ein Richie Ettaus, der ja wirklich von vornherein hier performt hat. Er hat natürlich in der ersten Runde Ross Smith rausgenommen. Ja, da hat man vielleicht gesagt, es kann passieren. Favorit war da jetzt vielleicht nicht für jeden. Dann Ryan Searle geschlagen. Der Runde nicht sonderlich gut. Also da waren viele Ausreißer dabei. Dirk hatte nicht seinen besten Tag in diesem Viertelfinale. Also bei Woodhouse sind das alles so ein paar Abstriche mehr als bei den beiden anderen aus meiner Sicht. Und auch anders als bei Noppert, der mich wirklich positiv überrascht hat, den ich schon lange nicht mehr so stark erlebt habe. Weiß nicht, wie es dir ging. Ja, denn Dorsten meinte ja auch, Danny Noppert, well class. Also ich habe ihn gar nicht so stark gesehen dieses Jahr. So wirklich, so ein bisschen under the radar. Wenn man natürlich detailliert reinschaut, dann hat er schon Hand und Fuß oder spielt. Oder er hat ja auch zu uns gesagt, dass er wirklich eigentlich gut spielt. Also von der Leistung her, wenn man das vergleicht, meint er. Auch von den Averages her war er doch sehr zufrieden, muss man sagen. Eigentlich ist er natürlich auch dann in so einer Finalsession ein Spieler, der das ziehen kann. Also er war natürlich von der Off-Mate-Position her ganz klar, der Höchstplatzierte. Und er hat ja auch zu uns gesagt, er will in die Top 8 zurück. Das ist sein Ziel. Das hätte er auch geschafft, wenn er das Turnier gewonnen hätte. Er hat gegen Diamain viel verschenkt im Halbfinale. Aus meiner Sicht dann irgendwann angefangen, darüber nachzudenken, was möglich wäre. Und dann waren da auch Ausreißer beim Scoring mit dabei und dann das Lamentieren mit dem Luftzug. Und ja, also Noppert war derjenige, der vielleicht am meisten zu verlieren hatte in diesem Halbfinale, weil man gewusst hat, dass er das schon mal gewonnen hat und derjenige, bei dem man am Ende vielleicht sagen kann, okay, da war mehr möglich. Definitiv. Würde ich auch so sehen. Aber ein Halbfinale, darauf kann man sicherlich auch die nächsten Wochen dann aus der Sicht von Nanny Noppert nochmal ausbauen. Er hätte vielleicht im Vielfalt so viele Chancen verpassen sollen gegen Riccardo. Lass uns vielleicht einfach über Riccardo reden. Würde ich einfach sagen, wir haben jetzt ja die Halbfinale dann auch besprochen. Ja, die deutsche Hoffnung war ja noch dann am Sonntag vertreten in Form von Pikachu. Wir hatten natürlich nach Donnerstag schon ein bisschen Angst, dass gar keine Deutschen mehr ins Wochenende bekommen. Das hat dann Riccardo zum Glück dann noch hinbekommen. Vielleicht gehen wir dann auch erst mal in sein Auftaktspiel rein gegen Damon Hedda, was ja durchaus auch hätte anders ausgehen können. Da war schon auch ein guter und starker Endsport von Nöten vom Deutschen. Ja, definitiv. 0 zu 2 hinten gelegen, kommt wieder zurück. Gerät 3 zu 5 in Rückstand, lässt auch das ein oder andere auf die Doppel liegen, aber macht das dann stark, kommt richtig gut wieder zurück. Das 64er Finish unter Druck in zwei Darts zum 5,5 und dann dieser Decider mit dem 102er Finish, wo Hedda auf 71 steht, das war herausragend da auf der Bühne. Na, bestimmt hilft da dann auch das Publikum, aber die Art und Weise, also das war ja richtig gut im Vergleich auch zu dem, wie dann immer der Kontrast da ist, dass wir ganz genau wissen, dass dieses Jahr die Ergebnisse bei weitem nicht immer gepasst haben und sich dann da so durchzusetzen, das so noch zu drehen in der ersten Runde. Er hat ja auch gesagt, er mag es, wenn er hinten ist. Das ist auch eine Eigenschaft, die du erst mal haben musst, statt irgendwie die Angst vor der Niederlage. Ja, brutal, da gab es alle Situationen, da haben wir uns im Pressort wieder aufgeregt, dann hatte er noch 80 Reste, noch einen Dart und dann geht er auf die 16, also nein, er nimmt sich doch einen Dart, das war eine super wichtige Situation kurz vor, in der wirklich Quantsch-Time, kurz vor Ende der Partie, aber auf Triple 16 war wirklich sehr, sehr sicher am Donnerstag. Was wollte er auch über die 16 checken? Was war das? 136, Triple 16, Triple 16, Tops und es gab einen Co-Kommentator, der das nicht verstanden hat. Ich finde, es gibt andere Dinge, gerade diese 80 mit 16, darüber kann man diskutieren, aber auch 136, da gibt es drei Möglichkeiten mit zwei Trippeln das zu spielen, Triple 20, Triple 20, Doppel 8, es gibt aber auch Triple 19, Triple 19, äh, doch, na gut, das spielt keiner, Triple 18, Triple 18, Doppel 14, ist auch eine Möglichkeit und wenn dann der Erste in die Single 16 geht, was ist denn dann passiert? Dann stehe ich auf 120 und kann mir mit Single-Triple-Kombinationen Doppel stellen, also das ist für mich kein Fehler, bei 136 auf Triple 16 anzufangen, ähm, gerade wenn man sie so sicher trifft wie er, wer checkt, hat recht, könnte man ja auch sagen, ähm, zweite Runde, natürlich dann irgendwie auch das Glück gehabt, dass Andrew Gilding, äh, irgendwie gar nicht reingekommen ist, ne, 5-0, die erste Session, da haben wir auch gedacht, okay, krass, ähm, immer wieder. Ja, das, ähm, hat er dann gar nicht stattgefunden, ähm, also, da hat er einfach profitiert auch von einem schwachen Gegner, das hat er dann aber souverän gemacht, das ist natürlich auch die Schwierigkeit in so einem Spiel dann gegen Gilding, dass man wirklich die Konzentration oben halten muss, wenn man wirklich merkt, vom Gegner kommt wenig bis gar nichts, man ist, ey, wirklich nicht gefordert, hat er ja auch dann zu uns nachher noch gesagt im Interview, also wie gesagt, könnt ihr alles nochmal nachhören auf YouTube bei uns, ähm, das wirklich nicht einfach war, es war einer der schwersten Spiele auch, weil Andrew Gilding auch ein sehr, sehr guter Freund von ihm ist, also er und seine Freundin verstehen sich sehr gut mit der V von Andrew und, ähm, ja, fand er nicht einfach, aber er hat es einfach besser handeln können, das Publikum war da jetzt auch nicht entscheidend oder so, klar, ein, ja, ein, zwei Beruf, wo waren vielleicht mit dabei, zwei Pfiffe, das ist immer doof, das moniert er ja auch immer, dass er wirklich auch möchte, dass die Fans da fair bleiben, hat er doch öfter betont, auch nicht nur bei uns in den Interviews, ähm, 142, 158 hier noch als Highlight zu nennen, denke ich, Absolut, definitiv, ähm, die waren auch zu einer wichtigen Phase, da haben wir, ja, will den gar nicht wirklich mal ansatzweise rankommen lassen, das hat er stark gelöst und, ja, stand dann im Fehlfinale, was er auch irgendwie auf dem Schirm hatte, ne, er wusste irgendwie nicht, äh, dass es schon Fehlfinale ist, er war so in diesem Jupinto-Tritt, dass, äh, der Sonntag ja erst mit Achtelfinale anfängt, aber nein, Riccardo, das war dein erstes Major-Fehelfinale und das ist, äh, zuvor im TV, ja, wenn uns das gelungen, das ist, äh, Martin Schittler natürlich, äh, gelungen bei UK Open und World Grand Prix, Max Hopp, bei den Europäischen Darts-Slamm 2018, das ist, ähm, natürlich Gaga, gelungen bei der WM, wenn man den World Cup mit reinnimmt, ist das, äh, allen dreien, äh, gerade genannten gelungen und auch, da kommt man vielleicht nicht unbedingt drauf, eine Michael Unterbruch, beim Grand Slam 2018 und Nico Kurz stand auch mal beim German Darts Masters, ist natürlich kein Major-Turnier, aber bei World Series events auch im, viel, viel Jahre, da musst du dafür nur ein Spiel gewinnen, aber immerhin gegen Gary Anderson 2019, also, das wollte man nicht unterschlagen, aber es war natürlich kein Major. Ja, und dann ging es gegen Danny Noppert, am Sonntagnachmittag, die letzte Partie, wo sich vorher, ja, drei Spieler durchgesetzt haben, die vielleicht nicht, ähm, die Favoriten waren und dann dachte man vielleicht, okay, kann Riccardo das auch noch eben für sich nutzen und das ganze Ding wirklich völlig öffnen. Er hat's fast getan, er hat's fast getan, er hat super gespielt. Ja. Man kann ihm gar nicht viel vorwerfen, er hat keinen Match-Dart verpasst, klar, kann man sagen, der Decider war, war nicht gut genug, Leck davor zum Match angeworfen, um sich keinen Match-Dart spielen können, ja, es gibt, boah, machen wir's fest jetzt. Also, für mich gibt's, gibt's nur zwei Momente, also, drei Darts zum möglichen 4-1 auf Doppel und bei 9-8 Führung anwerfen und halt das nicht in 15 Darts fertig kriegen. Das sind zwei Momente. Ansonsten war das ein starkes Spiel, ich meine, die 164 zum 5-5, das musst du ja auch erst mal machen, also, mit dem Rücken zur Wand, wo es eher nach 6-4 noppert aussah, dass der quasi die, ähm, zweite Session mit 4-1 gewinnt und dann auch nach der zweiten Pause immer wieder die Akzente zu setzen, vom ein oder anderen verpassten Doppel auch, glaube ich, zu profitieren, auf 9-7 zu stellen, am Ende an der 100 im Average über 19 Lecks zu kratzen, das ist schon, also Riccardo hat das gut gemacht und Noppert spielt halt am Ende richtig sauber, dreimal 15 Darts, dreimal mit dem letzten ausgemacht und das ist halt einfach nochmal etwas, ja, wo du dann merkst, dass der, dass der Kerl 16 Plätze über Riccardo steht. Ja, vor allem dieser 80er checkt dann natürlich zum Sieg, aber auch zuvor mit dem letzten, letzten Darts in der Hand die Doppelachten, Riccardo, 170 Rest, kann er zum Match checken, der erste mit dem Triple 20, der zweite dann leider nicht, der dritte dann ein Bullseye, er stellt sich 40 Rest und dann macht eben Noppert mit dem letzten Darts, also Doppelacht, das Ding dann zu zum Decider, den er dann anwirft und auch dann gewinnt, sehr schade, weil ich glaube, wenn ich ehrlich bin, also ich hätte Riccardo alles zugetraut danach im Halbfinale, also das wäre keiner mehr drin gewesen, gut in Eddhaus, wenn er das spielt wie gegen Anderson, dann wird es sicherlich schwierig, aber das hat er ja dann auch nicht mehr getan und auch mit dem Publikum dann im Rücken, ich glaube, da wäre was ganz, ganz Dickes drin gewesen und jetzt ist er irgendwie, wenn man ehrlich ist, ja, wenn man auf die Zahlen schaut, er ist irgendwo ein Verlierer dieses Turniers, das klingt jetzt doof, aber wenn man sich die Order of Melbourne anschaut, dann ist eben Richie Eddhaus an ihm vorbeigezogen und aktuell und ja, er hat gar nicht mehr so viel Zeit, das zu korrigieren, sieht es so aus, als wäre er bei der WM eben nicht gesetzt und das war ihm schon auch wichtig, hat er uns ja auch in den Interviews verraten. Ja, definitiv, aber dafür, dass das so im Kopf war, Respekt, wie er das dann vielleicht doch auch zur Seite schieben konnte in diesem Viertelfinale, also es war mit Sicherheit eines der besten Turniere, das Riccardo gespielt hat, einfach auch im TV und so weiter und ja, ich glaube, man kann und er kann und Leute, die es mit ihm halten können, zufrieden sein, auch wenn wir wissen, wer da am Ende noch drin war und auch wenn man zumindest, finde ich, mit einem weinenden Auge drauf gucken kann und sagen kann, ah, da war noch so viel mehr drin. Ja, aber trotzdem, erstes Melcher Viertelfinale, ich glaube, man muss sich wirklich davon lösen, dass man jetzt auch noch Melvedpositionen, er wird beim ganzen Lamp nur dabei sein, wenn er durch den Qualifier kommt, er wird bei den Players-Slam nur dabei sein, wenn er wirklich jetzt monstermäßig performt bei den letzten beiden Players-Slam Chips, also das sieht nicht danach aus, dann ist die Zeit natürlich dann auch, ja, bis zur WM eine lange, wenn man dann jetzt beim ganzen Lamp nicht dabei ist und beim, bei dem, ja, letzten Turnier vor der WM bei den PC Finals, dann haben wir natürlich jetzt eine riesen, riesen Pause auch und er ist ein Vielspieler, da weiß ich auch nicht, ich hoffe, er wird dann wahrscheinlich oder wahrscheinlich wird er viele lokale Turniere dann auch nochmal bis dahin spielen, die Verletzung ist ja auch, ja, Geschichte, da wusste auch nicht so wirklich, woran es liegt, war aber auch nicht beim Arzt, also es ist einmal von wieder weggegangen. Ja gut, da ist natürlich dann die Frage, er hat ja auch gesagt, war vor drei Monaten schon mal da, da mache ich mir schon ein bisschen Sorgen, dass das zur Unzeit irgendwann dann wieder aufkommt, also ich würde das Final nochmal abchecken lassen, aber er ist alt genug, er muss das selber entscheiden. Ja und wenn er dann nicht gesetzt ist bei der WM, gut, dann muss er natürlich eine Runde früher ran, dann kann er natürlich auch gegen jeden anderen Gesetzen dann im Falle eines Sieges kommen, das muss dann eben nicht Luke Humphries sein, ich meine, hätte Vatimena gewonnen, dann wäre der zwar auch für Riccardo gelandet, aber halt nur minimal und dann hätte man das noch korrigieren können, ja Vatimena auch beim Grand Slam, wenn man dann schon mal Truppendritter wählt, dann ist das auch wieder mehr Preisgeld, also ja, er konnte sich eigentlich nicht mehr so wirklich wehren, Luke Humphries hätte es vielleicht einfach reißen müssen, und er ist dann aber auch dann früh raus. aber dieses Turnier ist nicht schuld an dieser Situation, ich glaube, es gab viel Ebbe in den letzten Monaten und deswegen muss man dieses Ergebnis auch ins richtige Licht drücken, dass Riccardo hier wirklich ein gutes Wochenende gespielt hat und das also das sticht für mich raus. Total, total überzeugend, er hat es auf die Bühne bekommen, ist er vielleicht aktuell sogar der Spieler aus Deutschland, der es am besten auf die Bühne bekommt, kann man darüber diskutieren, er und Martin, Martin hat zwar Juppintour-Titel gewonnen, das ist natürlich auch auf der Bühne und es ist eigentlich gar nicht mehr so ein Unterschied jetzt zwischen Juppintour und Major Turnier, klar, von der Wertigkeit, von der Bedeutung her, vom Kopf her vielleicht, aber vom ganzen Aufbau und Ablauf her, da ist das Ding halt im Kopf her sowieso schon seit Jahren im Argen, aber dann lasst uns weitermachen mit Martin, würde ich sagen, dann machen wir den deutschen Blog doch jetzt einfach dann auch gleich vollständig, ja, Martin ist Nummer 1 ins Turnier gegangen, wir hatten Moritz und ich, ich weiß nicht, wie du es vorher gesehen hast, gesagt, dass er von der Ausgangsposition ist, der Deutsche mit dem, mit der besten Ausgangsposition her, dass er vielleicht die US-Runde überstehen kann, wenn dann er, hatten wir eigentlich gesagt, gegen Dirk von Deibenbode, wo wir auch gesagt haben, ja, es kann mal sein, dass Dirk so ein gutes Spiel auspackt, aber Martin kann sich wehren, ich weiß nicht, er hat sich auch gewehrt, aber, ja, man kann ihm nicht viel vorwerfen, der Start, ja, der war nicht so optimal, aber Dirk hat es einfach, er war einfach der Bessere, das muss man dann einfach an dem Tag so sagen. ja, wie gesagt, der Start, da lässt Martin das ein oder andere liegen, das ist ärgerlich, aber Dirk hat eben auch jede Chance genutzt, die er bekommen hat, und es war beeindruckend, wie er dann doch auf dem Punkt da war, und ich fand es auch gut, wie Martin sich nach 1 zu 5 noch gewehrt hat, mit den 2,13 da, dann ja, dann musst du halt schauen, dann kannst du den nur Druck machen, und dann, gut, spielt Dirk halt auch nochmal einen 13-Darter, also, ein bisschen mehr als 100er Average von Martin, sieht erst mal richtig gut aus, ich glaube, ja, die Anfangsphase war ein Problem, und er war ja anscheinend auch nicht im Vollbesitz seiner Kräfte, was natürlich ärgerlich ist, Fieber gehabt, und so weiter, und wenn man dann sieht, dass ich natürlich auch in seiner Hälfte die Auslosung geöffnet hat, dass es dann kein Price in der 2. Runde war, und dass es dann Journey gewesen wäre, und dann Woodhouse, und so weiter, und so fort, also, auch bei Martin kann man echt die hätte, wäre, wenn Frage stellen, ich glaube aber auch nicht, dass ihn das jetzt total umhaut, und da bin ich überzeugt, überzeugt, dass er den Weg mittelfristig in die richtige Richtung, also sprich, nach vorne hin weitergehen wird, ja, auch wenn ich so die Aussage von ihm im Kopf habe, das wäre schon eine Katastrophe, Zitat, wenn er jetzt bei den letzten Turnieren des Jahres immer das erste Spiel verlieren würde, das hoffe ich jetzt natürlich nicht, dass er da in diesen Strudel irgendwie wieder wieder reinkommt, dass man sagt, die verflixten TV-Turniere, aber wir haben es nicht in der Hand. Zum vierten Mal in sechs Jahren, dass der Top-Gesetzte bei den European Championship in Runde 1 rausgeht, das ist 2019, Michael van Gerwen gegen Ross Miff passiert, 2020, Joe Cullen gegen Willie O'Connor, und 2023, Chisie gegen Chris Dobie und jetzt eben Martin gegen Dirk van Dijvenbode, der auch nochmal gesagt hat, dass diese Verletzung ja aktuell immer noch Thema ist, es ist nicht ausgeheilt, es kann sein, dass er sich davon vielleicht sogar nie wieder komplett erholen wird, er hat uns auch geschildert, dass er da jetzt oft zu einem Treatment hingefahren ist, sich aber als so eine teure Maschine vielleicht auch jetzt nach Hause holen möchte, das kostet aber sehr, sehr viel Geld und ja, generell war ein bisschen komischen Interviews, muss ich sagen, aber auch nicht zum ersten Mal, also er ist ein Spieler, ein besonderer Spieler auf jeden Fall, hat er aber gute Leistungen hier gebracht, klar gegen Martin, das hat er schon, hat er top gemacht, wie gesagt, und auch gegen Devil Gurney, den hat er abgekocht, 10 zu 5, klar gegen Woodhouse unter 90 geblieben, ja, nie so wirklich den Kickstart gefunden, es gab eine Situation, da hat er mal einen Highfinish gemacht, aber konnte dann auch da nicht drauf aufbauen. 146 oder so, genau, ja, und dann bleibt am Ende eben auch ein Filifinal aus, aber in der aktuellen Situation meinte er ja auch, er arbeitet jetzt schon auf die WM hinaus, alles was jetzt kommt, ist WM-Vorbereitung bei Dirk und damit kann man das, denke ich, dann auch akzeptieren, dass das für ihn ein solides Turnier am Ende auch war. Wenn wir noch einen Deutschen, den wir noch besprechen müssen, Gapel Clemens, ja, klar war natürlich gegen Michael van Gerven wird es sehr schwer werden, am Ende steht eine 1 zu 6 Niederlage, van Gerven spielt 100er Average, ja, es ist kein Bein, wo gegen van Gerven zu verlieren, aber ich denke, ein bisschen mehr als das eine Leck hat sich da schon ausgerechnet. Ja, auch hier kein guter Start, Möglichkeiten vergeben und der 100er Average kam halt vor allem wegen den letzten drei Lecks zusammen, wo van Gerven, glaube ich, weiß ich gar nicht, 13, 15, 12, 13, 12, 15, irgend sowas gespielt hat, was ja dann auch 115 ist, so nach dem Motto, also ich glaube, gerade in der Anfangsphase wäre er verwundbar gewesen und dann kam ein schlechter Score zur falschen Zeit, dann waren verpasste Doppel da, bei Gaga hat jedes Timing gefehlt zum Insgesamt, leider Gottes. Ja, vier Darts im ersten Leck, ja, 122 hat er auch gecheckt van Gerven, also, ja, war das Spiel leider schnell beendet und es bleibt dabei für Martin und für Gaga, die haben bei diesem Turnier noch nie gewonnen, das ist, ja, keine schöne Bilanz, beide sind echt fleißig immer jedes Jahr dabei, was ja auch erstmal eine gute Leistung ist, sich da auch abgesehen von den letzten Jahren, wo da vielleicht Deutschland mal ein bisschen bevorteilt worden sind, wegen bestimmter Qualikriterien, in diesem Jahr definitiv nicht Fall gewesen, ja, schade, dass das doch nicht furchtet, bei diesem Turnier, Riccardo, letztes Jahr ein Spiel gewonnen, dieses Jahr zwei Spiele gewonnen, bei dem läuft es ein bisschen besser, aber sonst ist, ja, abgesehen von Hobbs Halbfinale, manchmal, ja, ein bisschen, ein bisschen zäh aus deutscher Sicht, das Turnier, aber es hat ja doch dieses Jahr auch seine positiven Phasen. Ja, aber trotzdem einige andere Namen zu besprechen, es sagten natürlich alle, wenn man sich das Filifinale so angeschaut hat, in den Finaltag reingestartet ist und auch die Leistung in den ersten Tagen mit reingenommen hat, dass Luke Humphries jetzt auch noch dieses Turnier gewinnt. Also, ich meine, was hat er da alles wieder abgeliefert? In der ersten Runde Nathan Espinel, 106er Average, der wahrlich nicht schlecht gespielt hat, Espinel, in die Schranken gewiesen mit 6 zu 2 und Johnny Clayton auch überhaupt gar keine Chance gelassen mit 10 zu 3 am Samstag und dann geht er gegen Matemé natürlich rein, das Haushofer Favorit, aber er hat nicht gezündet, er hat einfach nicht gezündet und geht dann mit 10 zu 4 auch deutlich raus und es bleibt dabei, mehr als das Finale jetzt dreimal in Folge ist für Kuland Luke bei diesem Turnier noch nicht drin, also irgendwas scheint dann mit Dortmund und Humphries irgendwie noch nicht so die große Liebe zu sein. Ja, ich fand es beeindruckend, wie er durch die ersten zwei Spiele durchgestürmt ist und dann umso überraschender, dass es im Viertelfinale nicht gepasst hat, also das war für ihn aufgelegt, der Titel, so nach dem Motto und bin gespannt, wie wie sehr da was bei ihm hängen bleibt, aber mach mir da bei ihm auch deutlich weniger Gedanken als bei bei anderen Spielern, über die wir ja vielleicht noch sprechen. Ja, definitiv, vielleicht noch Gary Anderson mit reingenommen, wo ja viele die Sätze haben, oben, das sieht jetzt echt nach Gary Anderson aus und unten dann Humphries und Anderson-Humphries-Finale hätte es ja geben können, war dann schon nach dem Nachmittag klar, dass das nicht der Fall sein wird. Ja, Gary Anderson lange nicht gespielt bei diesem Turnier, 2016 war das das letzte Mal der Fall gegen Stephen Bunting am Donnerstag war es eine Runde-Performance, 100er-Average, da waren ein paar Doppel am Anfang auch nicht drin, also vom Scoring her war das eine gute Sache und dann auch Michael van Gerven wirklich klar mit 10 zu 4 geschlagen, also ich sage, van Gerven war da nicht auf seinem Top-Game unterwegs, aber Anderson hat das alles kalt ausgenutzt und dann dachte man, okay, ja, irgendwie würde es auch passen, dass Anderson jetzt hier nochmal richtig durchzieht, nachdem er auf dem Floor ja so gut unterwegs ist und jetzt dann auch anscheinend so sein Scoring zumindest auf die Bühne gebracht hat, aber die Doppel, die machten dann wieder Probleme gegen Richie Eddhaus, der natürlich zugegebenermaßen am Anfang alles getroffen hat, das gehört so weit dazu, aber Anderson hat eben die ein, zwei Chancen, die er hatte auf den Doppeln dann nicht gemacht und er kam dann am Endeffekt ja, nicht mehr hinterher, der Rückstand war zu groß, aber dennoch muss man mit Anderson glaube ich schon, also wenn er das vom Floor wirklich konservieren kann auf die Bühnen, mit diesen Leistungen muss man Anderson schon irgendwie schon auch auf dem Zettel haben. Ja, er ist einer von vielen Namen, die man auf dem Zettel haben muss, der Zettel wird halt immer größer. Ja, gut, ich habe ein riesen Word-Dokument, da stehen einige Spieler drin, so ist es nicht, so ist es nicht, aber, ja, ein bisschen Nostalgie verspult er ja, aber er sagt, glaub mir, ich trainiere wirklich nicht und Proto habe ich so Bock drauf, mit meinen Freunden da an einem Tisch einen schönen Tag zu haben, aber diese Reiserei auch, das Premier League schon mal gar nicht und hier kommt er gerade auch im Chat, was er den englischen Kollegen mitgeteilt hat, mit der wilden Idee, dass die Europäentour die Preisgelder nicht in die Out of Marvice gehen sollten und ja. Wenn ich keine Lust habe auf eine bestimmte Turnierserie, dann darf die natürlich gerne möglichst wenig in die Weltrangliste mit einfließen, also es ist schon eine interessante Sicht, die sehr irgendwie auf ihn zentriert ist. Deswegen, also ich glaube, das kann man auch ins Fabelwesen abschieben, diese Idee. Ja, haben wir noch ein paar positive Erscheinungen, also eigentlich haben wir die meisten, glaube ich, schon genannt, Riccardo, Bantemena, Woodhouse, Eddhaus, die ganzen Häuser haben geliefert, aber andere nicht. Ja, also insgesamt ist es dann schon ein Turnier, wo mehr Spieler dir anfallen, die nicht geliefert haben, glaube ich auch, ja. Ja, vielleicht in Endo Gilding, vielleicht schieben wir da sowas rein und kommen dann auch vielleicht zur anderen Seite. Endo Gilding hat natürlich zumindest in der ersten Runde positiv geliefert und völlig überraschend, Ludwig Littler mit 6 zu 4 bezwungen, ist dann gegen Riccardo eingebrochen, haben wir gerade besprochen. Ja, lass uns über Littler reden. Da bleibt jetzt schon unterm Strich jetzt ein anderes Fazit als beim letzten Mal, wo wir gesagt haben, okay, er hat jetzt halt mal sein zweimal nicht gewonnen, aber jetzt bleiben wir wirklich bei drei Metaturnieren in Folge, wo er in Runde 1 rausgeht und er wirkte irgendwie auch, ja, total unzufrieden, hat gehadert von Anfang an, klar, Gilding hat das gut gemacht, ohne Frage, aber am Ende war das eben nicht der Littler, der wie in Prag da die 105er, 110er Average rausgehauen hat. Ja, die Leichtigkeit war nicht da, so als würde sich der Schalter umlegen, okay, jetzt wird es besonders wichtig, jetzt muss ich performen, jetzt bin ich unter dem Brennglas und ja, Mist, jetzt habe ich unnötig Doppel verpasst, liegt 0-3 zurück, jetzt muss ich das erstmal korrigieren, oh Mist, jetzt spielt mein Gegner ein Elf-Darter mir mitten ins Gesicht und dann habe ich wieder 156er Finish, das mache ich doch ohnehin, ja nee, jetzt geht der doch auch vorbei an der Doppel-18, also es lief einfach nicht und ja, so langsam sind das dann, reiht sich das halt so ein bisschen aneinander, ich fand ihn in der ersten Matchplay-Runde nicht gut, beim Grand Prix fand ich, stand ihm halt einfach ein richtig guter Rob Cross im Weg, hier hat das Gilding auch gut gemacht, aber Littler hat auch eben wieder einige Fehler angeboten und ja, ist mit Sicherheit etwas, was ihn beschäftigt, mit Sicherheit etwas, wo man jetzt drüber sprechen kann, dass das schon eine Herausforderung ist für ihn, das jetzt wieder klar zu kriegen. Es stehen auch ganz andere Spieler vor, Herausforderungen und auch vielleicht mit dem Kampf mit sich selber aktuell, da ist auch Gavin Price zu nennen, der das zweite Spiel ist donnerstags mit 6 zu 3 gegen Devil Gurney verliert und danach auch auf Instagram, da postet er ja fleißig immer an seine Storys, was er so gehalten hat von seinen Spielen, dann auch mitteilt, dass er jetzt erstmal zwei Monate Pause macht und kein Turnier mehr spielen wird oder nur noch zwei Turniere in diesem Jahr, so rum ist es eigentlich richtig ausgedrückt, bedeutet, er wird freiwillig auf den Grand Slam Qualifier verzichten, wird dann noch die Player Championship Finals spielen und dann eben die WM. Was halten wir davon? Ich finde es einerseits okay, dass er sagt, okay, ich brauche jetzt wirklich mal einen noch größeren Cut und mal wirklich einen Abstand von Wochen, allerdings war der Grand Slammer eben genau das Turnier, wo er sich immer so wohl gefühlt hat und wo er immer echt gut performt hat, wo ich denke, wäre das nicht die Chance, gut, er hätte sich erstmal dafür qualifizieren müssen, klar, wäre das nicht die Chance gewesen, da nochmal wieder in die Spur zu finden, weil so, ja, weiß ich auch nicht, also ist doch viel auch im luftleeren Raum aktuell bei ihm. Ja gut, man kann dann aber auch die Frage stellen, okay, was wäre denn gewesen, wenn da der Grand Slam auch nicht gut gelaufen wäre, also für mich ist das so dieses, na, irgendwie im Sommer hat er ja gedacht, jetzt gibt es wieder Zeichen für mich und in der zweiten Jahreshälfte spiele ich ja eh besser und dieser Automatismus, den er sich vielleicht auch irgendwie eingeredet hat, wo es nicht viel gebraucht hat, dass er gesagt hat, ah, geht doch eh wieder, der ist halt jetzt nicht eingetreten und dann ist er halt sehr schnell wieder sich dem bewusst, was alles nicht funktioniert und dass es ihm gerade deutlich mehr Frust bereitet, als dass es Spaß macht und es gab solche Momente in der Vergangenheit auch bei anderen Spielern, von Barnefeld, der dann mal ein paar Monate Pause gemacht hat, dem das gut getan hat, ein Price, der das jetzt möchte, also ich kann das verstehen und bin gespannt, was das auslöst und ich glaube auch im englischen Fernsehen war dann halt die Diskussion, ja, du kannst halt dann in so einer Zeit dann halt auch für dich mal so ein bisschen spüren, wie viel dir das noch gibt, wie sehr du es vermisst, wenn du nicht spielst und ob das dann nicht vielleicht irgendwie eine größere Entscheidung in der Zukunft zur Folge hat, mit irgendwie dann vielleicht es früher oder später ganz sein lassen, Fragezeichen. Ja, also die Passion war bei ihm ja nie da, das ist ja immer eher so Job gewesen und nicht Hobby oder der Spaß war bei ihm glaube ich eher beim Gewinn dann, wenn man das gut läuft, klar, aber ist eine prekäre Situation, finde ich schon auch, also er ist aktuell die Nummer sieben, aber spielerisch finde ich ist er gerade nicht mal Top 16. Also gut, auch das mit einem 96er Average in der ersten Runde war ja wieder gar nicht so schlecht, aber er holt dafür viel zu wenig raus, wir wiederholen uns ja hier auch in unseren Short-Lag-Folgen. Ja, aber er ist in guter Gesellschaft, auch ein Peter Wright hat sich blamiert, kann man vielleicht sogar so sagen, mit einem 74,81er Average, 0-6 Whitewash eingefangen gegen Jermaine Watimena. Ja, immer wenn man denkt, er ist wieder da, dann kommt dann sowas. Er war ja wirklich vor ein paar Wochen wirklich so weit, dass man dachte, okay, mit dem Erfolg und so weiter auf der Philippientour und dachte, okay, ja, es sah wieder gut aus, aber dann kommt jetzt wieder sowas oder zuletzt auch öfter wieder, also damit kann man nicht arbeiten, also damit kann er auch selber nicht arbeiten, also das ist also, ich weiß gar nicht, wem es gerade schlechter geht, also ich glaube mental wahrscheinlich Price, aber also auch Wright macht einfach nur Sorge, also das, ja, es gibt, Jock Hallen genauso, also die beiden kann man zusammen, auch das, ein 80er-Average, das hat gerade mal über die 80er-Linie geschafft, gegen Danny Nopper, Chance los gewesen, 2 zu 6, auch da muss man sich wirklich mal elementare Fragen aktuell, denke ich, stellen, aber das werden sie vielleicht auch selbst tun. Ja, hoffentlich. Schieße nehmen wir auch mit rein, 0 zu 6 gegen Michael Smith, wen überrascht das noch? Nee, ja, theoretisch kannst du auch Michael Smith mit reinnehmen, in gewisser Weise, das finde ich immer wieder mutig, auch seine Aussagen ja auch bei uns im Interview getroffen hat. Ich bin doch dieses Jahr einer der besten TV-Spieler, wo ich dann überlegt habe, wie viele Matchstarts hast du bei den World Series Finals überstanden? Also es ist halt immer so, so sehr, ja, alles, was für mich läuft, das sauge ich auf und alles, was gegen mich läuft, das lasse ich so lange an mir abprallen, bis der Zusammenstoß mit der Backsteinmauer so heftig ist, dass mir schon das Blut runterläuft, so nach dem Motto. Also es ist wirklich eine interessante Art und Weise, wie gerade einige Darts-Spieler das sehen. Gut, bei Smith kann man sagen, er hat im ersten Spiel das gegen Chissie ja okay gemacht, da war es halt das Finishing, was ihn da abgeholt hat und gegen Ed House, ja, es war okay, aber es war halt auch nicht mehr als das und dass dieses Okay oder es gibt gerade viele, viele Spieler, die ja oben in der Weltrangliste stehen, bei denen dir momentan, wenn überhaupt, ein Okay einfällt oder du halt dann eher so ein bisschen die Sorgenfalten hast. Auch bei Michael van Gerven kann man auch drüber reden, wo man dann immer wieder denkt, ah, jetzt hat er mal wieder ein tolles Floor-Turnier gespielt, jetzt hat er auf der European Tour 112 gespielt, das ist der alte Michael van Gerven, das ist er, das ist er. Ja, aber dann kommt da so ein Spiel gegen Gary Anderson raus, wo nichts funktioniert, wo es schon losgeht mit, okay, der vergibt irgendwie vier Darts zum 2-0 und wenn das schon so einen Bruch auslöst, dass danach Timing-mäßig nichts mehr da ist, dann sagt das, finde ich, auch schon viel. Ja, in Chat gerade auch interessante Diskussionen, vielleicht nehme ich mal eine Sache mit rein, bei Price habe ich mehr das Gefühl, dass es ihm aktuell alles egal ist, bei Smith und Wright glaube ich schon eher, dass der Wille da ist, aber es einfach nicht funktioniert, ich glaube, kann man, denke ich, definitiv so sehen, würde ich auch unterschreiben, bei Van Gerven weiß man immer noch nicht, wie geht es dem eigentlich so körperlich, so alles, aber ich glaube, auch keine Ausreden, er hat einfach nicht mehr diesen konstanten Schalter, den er irgendwie umlegen kann, wenn es sein muss, lässt sich dann teilweise auch mal abkochen, das war früher sicherlich nicht der Fall, bei Michael Smith, ja, da waren da auch wieder so ein No-Look-180er dabei, wo ich auch denke, oder im Interview mit uns fand ich überraschend, dass er sein TV-Jahr ja doch wirklich, ja, positiv bewertet hat, dass er im TV so gesagt hat, er wäre einer der Beste, der Besten, sogar gesagt, Spieler im TV gewesen, bis hierhin, mutige Analyse, finde ich, habe ich jetzt nicht so gesehen, er hat es ja so ein bisschen begründet, aber, naja, sehe ich eher nicht so, ja, ich glaube, da muss man auch mal überlegen, wo soll es die Reise denn hingehen, bei Michael Smith, haben wir ja gesagt, er verteidigt jetzt unmenschlich viel Geld, Grand Slam-Sieg, dann, der WM-Sieg fällt raus, also, der kann auch richtig abdüsen, in der Order of Mavid, und Michael Smith wäre, glaube ich, aktuell nicht mal für das Matchplay qualifiziert im nächsten Jahr, so sieht es aktuell aus, weil er nicht in den Top 16 dann ist, also, das ist aber 650.000 Pfund, die da irgendwie in der Verlosung sind, so in dem Bereich jetzt, also, das ist schon, schon sehr interessant, ein Ross Smith, der musst du auch erstmal zurückstecken, bei ihm ist natürlich auch der Sieg von vor zwei Jahren rausgefallen, verliert auch über zehn Plätze in der Order of Mavid, und fällt aus den Top 20 raus, so schnell geht das eben, also, auch ein Richie Eddhaus, der profitiert natürlich jetzt erstmal von diesem Sieg, da wird er auch ein bisschen von zehren können in der Order of Mavid, aber dann kommt es halt darauf an, in zwei Jahren, verteidige das mal, und wenn nicht, dann fliegen die 120.000, es ist ja einfach mal so weg, also, das ist schon auch immer dann die Cux bei solchen Spielern, dass man das dann irgendwie konservieren kann, eben, wenn man baut drauf auf, oder man hat irgendwann wirklich den Druck, und man zehrt nur noch davon. Und es ist halt krass, dass du bei einem Spieler wie Michael Smith halt jetzt aktuell siehst, hat eine Million Pfund auf der Kante, aber wie viel da von zwei großen Titeln abhängt, und jetzt lass den mal früh entsprechend ausscheiden, und dann bei irgendwo 450.000 Pfund stranden, dann sind das, ist das Platz zwölf ungefähr in der Rangliste nur noch. Ja, so sieht es aus. Was habe ich noch notiert? Ja, Schwache, brauchen wir gar nicht. Körpersprache, du sagst gerade, lustig, schwache Körpersprache von dem von Barnefeld, auch nichts Neues. Michael Deckert eigentlich, ja, gegen Josh Rock erstmal eine gute Form angeknüpft, dann war es dann, aber noch gegen Noppert ein bisschen schwächer. Johnny Clayton, so lieben Johnny Clayton, kann man sicherlich noch erwähnen, der aktuell sehr konstant seine Leistung bringt und immer mal wieder so ein bisschen da mitschwimmt, aber dann auch nicht weit schwimmt, aber er ist mit dabei, also er schafft es ins Olympia-Finale, irgendwie dann aber auf Platz 8, so gefühlt aktuell, aber er ist immer dabei. Ja, sonst haben wir, glaube ich, die meisten Sachen besprochen. Da kann ich natürlich auch nochmal sagen, was ja wirklich auch nochmal unterstreicht, wie viele Überraschungen es hier gegeben hat. 11 der Top 16 Seeds sind in Runde 1 ausgeschieden. Das war eigentlich schon, das Ding war schon offen nach der ersten Runde, das haben wir ja, glaube ich, jetzt auch ausführlich besprochen. Man kann noch sagen, es waren sehr, sehr viele Menschen da. Also am Donnerstag haben wir uns ja schon gewundert, wie viel da los war. Also wir sind jetzt die letzten Jahre immer da gewesen und so voll habe ich es an einem Donnerstagabend noch nie gesehen und der Samstagabend über 7.000 Zuschauer, insgesamt über 30.000, das bestverkaufste Turnier von den Tickets her gesehen, natürlich bisher der PDC Group. Ja, also das scheint doch alles weiter so zu laufen, wie sie sich das vorstellen. Ich denke, man kann natürlich schon auch enttäuscht sein, wenn man sich Final-Tickets oder für die Final-Session Tickets gott hat und dann sieht dann diese Spieler, gerade als Nicht-Nerd, glaube ich, ist man dann auch überrascht. Es haben sich auch viele beschwert am Samstag. Das war ja auch sehr lustig, die zumindest am Nachmittag da waren, warum denn auf einmal Anderson van Gerven in den Arm geschoben worden sind, weil sie ja eigentlich am Donnerstag gespielt haben und dementsprechend am Samstagnachmittag hätte sie spielen müssen. Ja, liebe Leute, die Garantie gibt es da nie. Also man kauft hier Tickets für eine Session. Ja, und es gibt einen TV-Sender in England, der halt nicht zugelassen hat, dass van Gerven mittags um 16 Uhr spielt und damit mit, weiß ich nicht, Fußball und anderem kollidiert und dass man dann tatsächlich den Philipp Brzezinski auspfeift und dann irgendwie beim auf die Bühne rufen, dieses vierten Spiels, was war das, Noppert gegen De Decker irgendwie da auch nochmal boot und macht und tut, weil man jetzt irgendwie dieses Spiel nicht sehen kann. Also, ja, das, das, ich finde, es ist ein Risiko und auf der European Tour ist das Risiko nochmal größer, wenn ich Tickets kaufe, aber bei der European Championship ist ja, also ganz ehrlich, wenn ich im Juli WM-Tickets kaufe, dann weiß ich da auch nicht, wen ich am 1. Januar zu sehen bekomme. Ja, und da ist ja wirklich freie Ansetzung, ne? Also das ist, also es soll wohl irgendwo gestanden haben, es gab viele, viele Mails dazu, also es war echt schon auch ein Gerücht, also bei uns stand es auf jeden Fall nicht und wenn, da steht immer gut genau lesen, to be confirmed, also wie gesagt, die PDC kann das auch, es hat auch immer dabei, sie können das zu jeder Zeit ändern, so wie sie möchten, es ist so, ich meine klar, man könnte davon ausgehen können vielleicht, dass dann auch die am Nachmittag spielen, weil eben die ganzen anderen, die Donnerstagabend gespielt haben, auch dann um für die Freitagsleute mehr Pause zu schaffen und am Nachmittag ran mussten, am Samstag, aber es ist schon verständlich, dass man von Gerwen und Endersen dann in den Arm setzt, an eins dann, natürlich auch interessant, aber ja, man muss damit leben, das ist ein Restrisiko, was man als Fan da halt auch eingeht. Nun ja, ich glaube, dann sind wir mit der Analyse der European Dart Championship durch und kommen dann zu einem Thema, was dann heute aufgekommen ist, die PDC hat ja auf ihren Social Media Accounts schon in den letzten Tagen angedeutet, dass sie am heutigen Montag was verkünden wollen, das haben sie auch getan, indem sie das Winmore World Masters zurückholen, quasi neu auflegen, kann man sagen, das Winmore World Masters ein sehr traditionsreiches BDO-Turnier vergangener Jahre, Jahrzehnte, was von den Größen dieses Sports, wie viel Taylor gewonnen worden ist, mit dem besonderen Modus, dass ein Satz nur aus Best of Three Lags besteht, wurde auch beim World Senior Masters so gespielt, die haben sich ja auch so ein bisschen daran angelehnt, das WDF World Masters ist ja mittlerweile, was ja zuletzt auch noch stattgefunden hat, ein bisschen anders aufgebaut, das hat diesen Modus eben nicht mehr, das ist eher so ein großes Ein-Tages-Turnier, wo sehr, sehr viele Menschen daran teilnehmen, aber nein, das BDC, Winmore World Masters, wird quasi das Masters, The Masters, wie wir es kennen, ersetzen, die BDC hat ja schon angekündigt, dass es so ein Ranking-Turnier wird, das ist ja jetzt schon ein paar Wochen bekannt, man hat ja auf 32 Spiele aufgestockt, und ja, Kevin, man macht es aber wirklich nochmal ganz anders jetzt, indem man sagt, okay, wir laden eigentlich quasi alles ein, was so, ja, Rang und Namen hat, an Gesetzen, die Top 24, The Order of Marit, die werden weiterhin gesetzt sein für dieses Turnier und acht Plätze gehen an Spieler, die sich für dieses Turnier, ja, quasi frei qualifizieren können, einen Tag vorher. Ja, genau, einen Tag vorher werden die sogenannten Preliminary Rounds, die Vorrunden, gestartet, die man auch bei PDC-TV sehen kann, und da sind dann eingeladen, alle Tourcard-Holder, die noch nicht qualifiziert sind, aber eben auch die Top 8 ohne Tourkarte von den verschiedenen Secondary Tours, also da war von der Challenge Tour die Rede, von der Development Tour, Nordic und Baltic, CDC, sprich Nordamerika, die Asian Tour, die australische Tour, die neuseeländische Tour, ich habe irgendwie auch mal mitbekommen, dass die afrikanische Tour möglicherweise auch die Women's Series und vier Spieler von der Junior Darts Corporation, die mindestens 16 Jahre alt sind, also da kann dann schon einiges zusammenkommen und die spielen in der Gruppenphase und dann kommen die 32 Gruppensieger weiter und die spielen dann acht Plätze aus und diese acht gehen dann ins Hauptfeld dieses Masters-Turniers mit rein und ja, also eine Chance für ganz, ganz verschiedene Gruppen, sich hier ins Rampenlicht, ins TV hineinzuspielen, das sind erstmal die Fakten. So sieht's aus, genau, es wird nicht nachgeguckt, das ist auch, glaube ich, wichtig zu sagen, diese Top-8-Spieler sind natürlich auch gemeint, ja, wenn sie keine Tourkarte haben von den sekundären Touren nach der Q-School zum Beispiel, also jetzt wäre zum Beispiel, wenn man die Development Tour anschaut, Dominik Grüllig, der wäre auch mit dabei, der darf dieses Turnier spielen, diese Runde, aber es kann natürlich auch sein, dass sich bei der Q-School eine Tourkarte holt, dann ist er natürlich auch dabei, aber es wird jetzt nicht die Nummer 9, sag ich mal, der Development Tour nachrücken, also man hat jetzt zwar so ein Riesenfeld, im Endeffekt wird es aber wahrscheinlich etwas kleiner ausfallen, man kann sich die Frage stellen, wer reist überhaupt an, aus Neuseeland, aus Australien, aus den USA, Sie haben uns ja weiterhin noch nicht alles gesagt, also es gibt ja weiterhin diese Häppchen-Politik, also Sie erhöhen ja anscheinend das Preisgeld vom Masters von 275.000 auf 400.000. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wo gehen diese 125.000 hin und wenn man dann rechnet und rechnet, es gibt natürlich die Variante und die Möglichkeit, dass man das dann staffelt und staffelt und staffelt und in jeder Runde dieser Vorrunde ein bisschen Preisgeld hängen bleibt. Aber die PDC ist ja nicht die Wohlfahrt, das wissen wir ja und deswegen gehe ich eigentlich schon eher davon aus, dass ein bisschen nach oben hin, das Siegerpreisgeld noch ein bisschen höher wird und so weiter und so fort und hier noch ein bisschen, brauchen nicht die Viertelfinalisten auch noch was und dass maximal ein bis zwei der finalen Quali-Runden, wenn du da ausscheidest, Preisgeld ausgeschüttet werden. Ich würde es mir anders wünschen, aber ich sehe das noch nicht und dann muss man eben einfach sehen, für wen ist das interessant. Ein Dragutin Horvath hat auch schon die UK Open ausgelassen. Ja, familiäre Verpflichtungen auch, okay. Aber wenn du hier keinen Anreiz schaffst, dann wirst du einerseits Spieler außerhalb von Europa kaum bekommen. Vor allem, wenn dann jemand wie, weiß ich nicht, ein Christian Perez, der dann überlegt hat, ich gehe im Januar, komme ich nach Europa oder Australier, Neuseeländer, Nordamerikaner und spiele die Q-School, wo sie dann eh schon wissen, ich bin eine Woche in Europa und es schließt sich ja nicht direkt an. Das heißt, da liegen ja dann zwischen Q-School und Winmore Masters nochmal zwei Wochen dazwischen. Da dann zu hoffen, dass bei keinem großen monetären Anreiz die ganzen internationalen Leute kommen, weiß ich nicht. Also sehe ich noch nicht. Viele Tourkartholder werden das machen, aber ja, auch ein Paul Krone wird sich die Frage stellen, gehe ich da einen Tag hin und spiele und mache und tue und dann kriege ich kein Geld und ja, bei Pro-Tour-Turnieren, da bin ich zwei, da bin ich drei Tage sicher unterwegs und habe mindestens zwei Turniere garantiert und auch hier diese Gruppenphase, wenn dann jeweils nur der Gruppensieger durchkommt und du 32 Gruppen hast. Das ist halt, das sind Fünfer, Sechser Gruppen, da kann man dann ja überlegen, okay, wann steht dieser Gruppensieger fest? In manchen Gruppen wird das so eindeutig sein, wenn das Fünfer Gruppen sind, dass nach drei Runden schon klar ist, nach drei von fünf Runden jeder gegen jeden, wer da oben steht und dann geht es in den letzten zwei Runden um nichts, um gar nichts. Ja, das hat uns ja schon bei der World Youth Championship gestört, warum macht man nicht eine Runde, eine Runde, ja, das stimmt und sie waren natürlich auch die Tage vorher schon da, aber auch da hätte man ja sagen können, warum denn nun der Gruppensieger, warum nicht die ersten beiden der Gruppe und dann machen wir halt eine Runde mehr K.O. Also, es wirkt halt so, als hätten sie ein Meeting gehabt und hätten dann zwischendurch aufhören müssen, weil irgendwie die Zeit knapp war und dann hätten sie auch nicht weitergemacht. Also, du hast gefragt, was sie spielen werden. Best of three sets. Ich denke mal, mindestens best of three sets, ja, denke ich. In der Gruppenphase. Also, best of one set, nur einen Satz können sie ja nicht machen. Nein. Haben wir ja nur drei Lacks. Ich denke, Aber mehr geht auch nicht. Ja, weiß ich nicht. Du hast früher auf der Pro Tour genau das gespielt. Du hast bis 2008 auf der Pro Tour best of five sets, best of three Lacks pro Satz gespielt. Das war die Pro Tour Distanz, bevor sie auf best of eleven Lacks. Glauben, dass sie die Gruppenphase best of three sets spielen. Kann gut sein. Das können auch wirklich lange Spiele werden. Wenn vielleicht der GDC-Repräsentant NoFront gegen die Nummer acht, der DPNZ-Tour spielt, dann kann das auch mal länger dauern. Ja, und du kannst, wenn es gut läuft, wenn einer 2-0, 2-0, 2-0 gewinnt, hast du sechs Lacks. Und wenn es 2-1, 1-2, 2-1, 1-2, 2-1, dann sind es plötzlich 15 Lacks. Klar, das ist eine, ich kann mir, ich finde es jetzt auch spannend, sich zu überlegen, was werden sie denn dann bei diesem ITV-Turnierformat dann beim Masters machen auf der Bühne. Also ich denke, sie müssen in der ersten Runde Best of Five spielen in diesem Best of Three Lack-Satz-Ding-Format. Und dann muss man aber halt gucken, viel höher gehen kannst du in den nächsten eigentlich nicht. Ich denke, sie werden dann Best of Seven Sets anbieten fürs Achtel- und Viertelfinale. Und dann werden sie im Halbfinale und Finale Best of Nine Sets spielen. Oder vielleicht noch Best of Eleven. Ich finde es super. Es klingt jetzt sehr negativ, weil da noch viele Fragen offen sind, aber ich finde es generell erst mal super spannend. Ich hatte eigentlich das eher bei den UK Open erwartet, weil da war ja dieses Gerücht, dass da auch die ganzen anderen Touren da irgendwie dann durch Qualifikanten senden quasi. Dass wir nicht nur diese Riley's Qualifier haben, nicht nur die Two-Card-Holder-Qualifier, Two-Card-Holder-Qualifier sind es ja nicht, aber alle brechig sind, sondern eben auch diese Affiliate- und Secondary-Tours. Das hat man jetzt hier so ein bisschen hier rein verlagert. Ja. Und ich finde gut, dass gestreamt wird, auch dieser erste Tag. Das gefällt mir, weil das ist auch eine Forderung, die wir ja oft auch bei anderen Sachen an den Turnieren geben. Das finde ich sehr, sehr gut. Aber klar, es ist ein Zehn-Jahres-Deal wohl mit Winmore. Also das ist auch dann anscheinend eine Geschichte, die man jetzt langfristig so weiterführen möchte. Aber ich habe die offenen Fragen, was Preissgeld angeht und Modus und so weiter. Aber generell ist mein Parzit erst mal positiv, dass sie mal was Neues machen. Also eigentlich war nichts Neues, aber was altes Neues quasi. Neu auflegen. Neuer Set-Modus. Das ist geil. Also Best of Relax ist geil. Das ist super geil. Das ist ein ganz interessanter Modus. Ich finde noch, was man noch diskutieren kann, warum mussten es jetzt die Top 24 sein, ist mir ein Tick zu viel. Ich hätte lieber Top 16 gesagt und dann 16 Plätze. Da kann man jetzt wieder auch diskutieren. Das verteilen wir natürlich dann wieder nach oben alles in der Order of Merit. Die bekommen wieder sicheres Preisgeld. Aber ist dann irgendwann auch schon fast egal, weil das ja eigentlich bei jedem PDC-relevanten Melder so ist. Aber 16, 16 hätte ich noch spannender gefunden. Ja, ja. Ich meine, am spannendsten hätten wir natürlich alle gefunden, wenn niemand fix qualifiziert gewesen wäre und alle durch die Vorrunden gemusst hätten. Aber dass dann ein TV-Partner sagt, hey, wir brauchen einen gewissen Grundstock an großen Namen, die da fix dabei sind, das kann ich in gewisser Weise auch nachvollziehen. Und ja, es ist... Ah, gut. Vielleicht noch nicht die Top 16. Ja, ja, ja. Ich kann das verstehen. Für Martin wird es spannend. Für Martin wird es spannend. Der ist hochgerechnet aktuell die 22 nach der WM. Der wäre dann quasi unter diesen Top 24. Gaga verliert natürlich viel. Da fällt ja das WM-Halbfinale raus. Riccardo wäre aktuell die 31. Also nicht ausgeschlossen. Martin hat die ausreichsten Chancen, da vielleicht schon dabei zu sein, ohne da in diese preliminary rounds zu müssen. Ja. Das vielleicht nochmal dazu. Aber wir haben die PDC oft kritisiert, dass sie irgendwie so eintönig sind, so langweilig. In dem Fall muss man wirklich sagen, finde ich cool, dass sie mal was Altes, Neues machen in dem Fall. Aber ja, ich bin... Ich freue mich dann auch von das Masters, was in den letzten Jahren da nie so der Fall war. Ja, definitiv. Das ist cool. Nein, ich finde es cool. Also, ich hatte jetzt... Wir haben ja auch bei den Kollegen in England gefragt, was glaubt ihr denn? Und die hatten halt mit einem schnöden TV-Deal gerechnet, der dann da kommt, dass irgendwie eine Verlängerung mit Sky da ist oder dass die PDC zu Netflix geht oder was weiß ich, was da alles vermutet worden ist. Das hätte ich deutlich langweiliger gefunden als jetzt dieses Win-More-World-Masters-Format. Und ja, ganz prinzipiell finde ich es gut. Ich finde es halt nicht in jeder Konsequenz durchdacht. Und glaube halt, dass da am Ende vor allem UK-Spieler profitieren, weil die halt mal eben nach Milton Keynes fahren können für einen Tag. Aber wir müssen es uns anschauen. Und ja, alle Informationen haben wir noch nicht. Also, wenn dann jeder am Ende als Antrittsgeld irgendwie 250 Pfund kriegt, gut, das deckt nicht die Reisekosten, aber wer weiß. Also, wir müssen es abwarten. Aber sie schaffen Möglichkeiten für jeden. Wir hatten ja schon die Befürchtung, dass sie irgendwie, ja, auch wenn es Ranking ist, da nicht allen die Möglichkeit geben, sich dafür zu qualifizieren für das Turnier. Das ist gegeben. Und das finde ich per se erstmal gut. Und alles Weitere werden wir dann nochmal besprechen, wenn wir alle Infos haben. Und natürlich dann auch, vor allen Dingen dann, wenn das Turnier mal gelaufen ist, das Ganze einmal komplett gesehen haben. Dann können wir, denke ich, nochmal ein ausgiebiges Fazit ziehen. Aber Stand jetzt, sagen wir, spannend. Ähm, aber offene Fahrer sind eben halt noch da. Aber wenn die geklärt werden, dann kann das eine runde Sache werden. Das Winmore World Masters. Wahnsinn. Und das WDF nennt sich das jetzt um. Oder das WDF World Masters. Das ist ja, irgendwie, hat das Winmore ja auch nochmal gesponsert in den Zwischenjahren. Aber mittlerweile sind sie ja eher bei der PDC voll mit drin. Im Stream, ja, das ist geil. Also, das finde ich cool, dass dieser erste Tag dann auch im Stream zu sehen ist. Ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf. Bis wir bei Masters in Doubt ist noch, zum Beispiel haben wir ja die PDC-WM noch davor. Und da ist heute ein weiterer Qualifier bekannt geworden. Der indische WM-Qualifier ist zu Ende gegangen. Es wurden drei Turniere ausgespielt. Und alle drei Turniere hat Nitin Kumar erwartungsgemäß gewonnen. Der sich damit auch zum vierten Mal für die PDC-WM damit qualifiziert. Er ist einfach der beste Spieler in Indien. Das ist so. Ohne Mühe da sich qualifiziert. Aber wird trotzdem wahrscheinlich ein Spieler sein, den man von International Qualifying eher, glaube ich, gerne als Los dann bekommt. Dann gab es noch sehr, sehr viel WDF am Wochenende. Das war nämlich das letzte Wochenende, um sich noch für die WDF-Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Die letzten Turniere, die reingezählt haben. Es wurde zum Beispiel in Ungarn gespielt. Das Ungarian Masters und Ungarian Classics. Die Classics gehen an Jimmy Vansky und Jitka Cisarowa. Das Masters an Benjamin Prattnehmer und Sophie McKinley. Dann haben wir in Malaysia die Kuching City Open. Da möchte ich trotzdem die Namen einmal vorlesen, wenn ich sie extra schon hier ausgeschrieben habe. Die Siege gehen an bei den Herren an Mohammed Faisal bin Mohammed und bei den Damen an Maizuriati Betim Sein, wenn man das so ausspricht. Aber das wollte ich einfach mal mitgenommen haben. Der Victorian Classic Siege an Michael Kassa und Chris Richardson. Kassa sogar noch für die WM dadurch qualifiziert. Und das Alan King-Mormel, das geht an Caden Milney und Nicole Regno. Ja, WDF-WM ist ein super Stichwort, denn das Teilnehmerfeld ist jetzt bekannt. Es gab noch einige Absagen, erwartungsgemäß, die sich dann eben für die PDC-WM entschieden haben. Dazu gehören Wesley Plasier, Conor Scott, Leonard Gates, Ben Robb, bei den Damen auch in der Falle in Sherbrooke, den Noah Lind van Löwen. Bei Leonard Gates müssen wir auch noch auflösen. Das war die Frage am Ende der letzten Folge, dass er sich zwischen World Senior Masters und Grand Slam entscheiden muss. Das hat er dann pro Grand Slam getan. Also da wird der Soldier dann mit dabei sein. Aber es steht natürlich auch fest, dass wir fünf Deutschsprachige bei der WDF-WM mit dabei haben werden. Das ist einmal Lee Mandel-Loretz aus deutscher Sicht bei den Herren, dazu aus Schweizer Sicht Thomas Junghans und der Österreicher Hannes Schnier. Bei den Damen haben wir Irine Armstrong dabei und wie letztens schon erwähnt bei den jungen Florian Preiß, der es über den Qualifier geschafft hat. Die Preisgelder hat man trotzdem weiter einkürzen müssen. Da hat man wirklich nochmal eingespart. Die Sieger bekommen trotzdem immer noch so viel wie vorher. Also 50.000 bei den Herren und 25.000 bei den Damen. Bei den Herren ist es aber trotzdem für 170.000 insgesamt auf knapp, sage ich mal, 145.000 runter. Also insgesamt hat man 30.000 Pfund weniger jetzt als im letzten Jahr, vor allen Dingen in den ersten Runden ist das schon sehr dünn. Also da macht das für Spieler aus Übersee, dann für 750 Pfund in der ersten Runde, wenn man verliert, ist es leider ein Minusgeschäft. Das ist leider so. Ja, ob man da das Prestigeprojekt WDF-WM braucht, zwei Wochen vor der PDC-WM, der Zeitpunkt, die Art und Weise, ob man sich nicht auf andere Dinge konzentrieren würde und sagen würde, wir machen quasi den World Cup zu unserer WM oder sowas, da bin ich mir nicht so sicher, ob die WDF, die glaube ich schon immer noch wichtig ist, da nicht irgendwie einen gewissen Irrweg geht und sich in dieser WM-Sache einfach verzettelt, weil du wirst nicht an der PDC vorbeikommen. Und ja, das sehe ich mindestens kritisch. Ja, auch, dass man sie immer zwingt, sich entscheiden zu müssen, das ist halt, ja. Also wir hatten ein nettes Zubut in der WM-Vorbereitung auf die PDC-WM für uns, aber wir werden auch berichten natürlich mit den Tagesgeschehnissen in knapper Form auf YouTube, wird man das ja wahrscheinlich auch wieder verfolgen können. Und ja, Nostalgie ist da schon noch ein bisschen da. Es hat Lakeside, das ist halt schon auch noch History, aber ja, die großen Geldtöpfe gibt es eben bei der PDC. Wir blicken auf diese DART-Woche. Wir nehmen auf am Montag, den 28. Oktober und haben heute kein PDC-Turnier quasi, aber Mittwoch, Donnerstag. Die letzten beiden Players' Championship des Jahres, 29 und 30. Wir haben einige Absagen. Ein Luke Nittler verzichtet, ein Luke Humphries verzichtet. Michael van Gerven, Gerven Price, Dimitri Vandenberg nicht mit dabei. Auch ein Paul Krone und Pascal Rupprecht aus deutscher Sicht haben nicht gemeldet dafür. Er wird ein Dragoldin Horvath mit dabei sein und auch ein Stefan Belmont. Die letzten beiden Chancen, nochmal für die WM was zu tun oder für die Player Championship Finals. Dann am Freitag, der Grand Slam of Darts Qualifier, acht Plätze werden da nochmal ausgespielt. Wir haben am Wochenende das letzte Challenge-Tour-Wochenende des Jahres. Wahrscheinlich vielleicht ein Zweikampf zwischen Wesley Plezier und Connor Scott. Dann haben wir bald auch noch den WDF-Africa Cup, auch im Asia-Pacific Cup und die Malta Open und Masters finden auch noch statt. Also WDF macht jetzt einfach weiter, auch wenn der Cut für die WM jetzt schon eben geschehen ist. Wir lösen noch die Umfrage aus zum letzten Mal. Wer gewinnt die European Championship? Zwei Drittel von euch, 76,7 Prozent, waren auf Luke Humphries. Das andere Drittel auf Michael van Gerven. Ja, Richie Eddhaus. Man kann schon viel Geld verdienen aktuell mit diesen wilden Tipps, mit Dedecker, mit Eddhaus. Ja, sehr, sehr interessant, was aktuell so abgeht. Wie machen wir hier weiter? Bei Shortlick. Die nächste große Ausgabe gibt es dann Richtung Wochenende schon. Denn wir möchten natürlich den Protoblog mit euch besprechen und auch den Grand Slam Qualifier. Aber es wird auch Ende dieser Woche die Gruppenauslosung für die PDC Group Super League geben. Das bedeutet, dass wir das alles in eine Folge packen wollen. Quasi oben drüber als Überschrift die Super League Vorschau und alles Weitere dann aber auch, was wir gerade genannt haben, wird da besprochen. Es wird keine Live-Folge sein auf Twitch, aber es wird natürlich eine Folge sein, die für alle frei empfangbar auf allen möglichen Podcatchern zu hören sein wird, sobald die Super League Gruppen feststehen. Das soll so Donnerstag, Freitag der Fall sein. Und dann gibt es die Vorschau noch rechtzeitig zum Start der Super League. Und wie im letzten Jahr können wir verkünden, dass wir zur Super League wieder tägliche Kompaktfolgen anbieten werden. Das heißt, zu allen vier Turniertagen von Dienstag bis Freitag gibt es eine Kompaktfolge auch dann für alle hörbar. Dann vielleicht abends noch oder am Morgen als Vorbereitung auf den nächsten Turniertag. Dann wissen wir ja dann am Freitag, der Finaltag, der geht dann bis abends um elf. Alle anderen Tage enden um acht Uhr abends circa. Wissen wir, wer der deutsche oder österreichische Vertreter für die PDC-WM sein wird. Denn Praktik Tringler hat ja immerhin eine Chance von 1 zu 24, da sich durchzusetzen. Ja, das ist so der Fahrplan für die nächsten Tage. Also viele Erholungen gibt es jetzt sowieso nicht mehr. Hier nicht bei Shortlack, dem Daten der Podcast präsentiert von Bulls. Nicht, aber auch für die Aktiven nicht. Nochmal alles zusammenkratzen bei den Player Championships. Wir drücken die Daumen für unsere Starter. Und ja, bedanken uns fürs Zuhören, Kevin. Ja. Ich denke, wir können vielleicht auch nochmal ein, zwei Infos von vor Ort mitgeben, die es nicht überall zu hören gibt. Und dann gibt es neues Duo fürs Ende der Woche. Dann für die Superleague-Vorschau. Und ja, wir beide werden dann auch bei den Kompakt-Forgen während der Superleague zu hören sein. Ich weiß gar nicht, wer mit wem auch sind, aber Moritz wird dabei sein. Benni, wir beide werden für euch da sein. Ja, hört gerne rein. Folgt uns, schreibt uns. Danke auch für die Aktivitäten. Heute im Chat war sehr, sehr lebendig. Haben auch ein bisschen was mit reingenommen, auch ein bisschen mitdiskutiert. Und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr auch dann bei den nächsten Folgen wieder einschaltet bei Shortleague, dem Daten, die Podcast präsentiert von Bulls. In dem Sinne, eine gute Zeit und bis die Tage. Ciao. Ciao.